Hallo zusammen, willkommen bei Nerdgedöns, ich bin der Olli und das hier ist mal wieder eine spontane Reaction, denn ich habe gerade bei Twitter gesehen, dass wohl eine neue Star Wars Serie angekündigt wurde oder zumindest wurde ein neuer Teaser-Trailer veröffentlicht, vielleicht ist die Serie auch schon bekannt. Mir sagte der Titel jetzt nichts, Andor soll sie heißen, klingt für mich jetzt erstmal nach einem Planeten, ich wüsste aber jetzt nicht welcher es ist, Fans unter euch wissen es vielleicht, ich bin jetzt nicht so der riesen Star Wars Fan, habe ich hier und da schon mal gesagt, ich mag viele von den Filmen, die Serien habe ich noch gar nicht gesehen auf Disney+, freue mich am meisten auf Kenobi, weil ich die Figur halt von früher kenne, den Rest, den werde ich auch irgendwann nachholen, aber da bin ich jetzt nicht so scharf drauf, soll ja gut sein, aber ich kann warten. Bei Andor, wie gesagt, mal gucken, ich habe keine Ahnung worum es geht, vielleicht ist es eher meins, Schauen wir mal. Hammer Time. Wer braucht schon Glocken, ne? Ähm, ja. Interessanter Sound, aber bis jetzt kommt mir noch nichts bekannt vor. WALL-E. Die junge Dame kam mir bekannt vor, aber ich wüsste jetzt nicht woher, ich glaube nicht auf Star Wars. Die Schiffe kommen mir bekannt vor. Ich denke mal an, das ist so ein Minen, eine Minensiedlung oder irgendwie sowas, aber den Mann gerade kannte ich, meine ich. Ist er nicht bei Rogue One mit dabei gewesen? Hat er da den Schnäuzer nicht? Ich bin mir nicht sicher. Sie kenne ich auch, aber ich habe keine Ahnung, woher. Äh, Stellenskarskart, ich bin mir nicht sicher. Also hier Marvel, glaube ich, ne? Da ist er wieder. Da war er nochmal. Scheint er mir eine der Hauptfiguren zu sein. Und noch dieser andere, äh, Typ mit den blauen Augen, glaube ich, äh, in dieser orange-blauen Uniform. Äh, und die junge Dame, die so ein bisschen indisch aussieht in die Richtung, glaube ich. Also, keine Ahnung, ich kenne mich da nicht, äh, so besonders aus. Kann da nicht die ganzen verschiedenen, äh, äh, Länder oder Herkunftsländer so auseinanderhalten anhand der Personen. Auf jeden Fall so, ich schätze mal so die Ecke, ne? Aber keine Ahnung, ist auch egal. Auf jeden Fall kommt sie mir bekannt vor. Aber ich wüsste jetzt nicht woher, wie gesagt. Ähm, so, und wo sah man, da waren die Schiffe. Kurz danach sah man ihn doch, glaube ich, ne? Hier, da war doch ein Hologramm irgendwo. Ne, Quatsch, das Hologramm kam später. Da. Ich meine, das wäre der eine aus Rogue One gewesen. Ähm, keine Ahnung, wie er heißt. Falls dem so sein sollte, würde ich mich freuen, weil Rogue One gehört tatsächlich zu meinen Favoriten. Also, auf jeden Fall, von allem, was nach Episode 6 kam, ist Rogue One für mich ganz oben, tatsächlich. Ähm. Und wenn das dann in diese Richtung gehen sollte, ja, wäre ich auf jeden Fall dabei. Es scheint ja dann logischerweise vor Rogue One zu spielen. Und, ähm, das hieße ja, wir sind wieder vor Episode 4. Wahrscheinlich auch nicht ganz so weit zurück. Also, vielleicht ist er, weil er kein Schnurrbart hat. Und ich meine, er hat ja nicht so leicht angegraute Haare. Also, er scheint ein bisschen jünger zu sein. Also, auf jünger getrimmt. Ja, keine Ahnung. Also, vielleicht ein paar Jährchen. Zwei. Zwei bis fünf Jahre. Zehn. Keine Ahnung. Also, auf jeden Fall. Ja, könnte es interessant sein. Dann, ähm, ja. Lasse ich mich einfach mal überraschen. Also, wenn ihr mehr dazu wisst, äh, schreibt es mir in die Kommentare gerne. Ich meine, ich werde sowieso nochmal nachgucken, aber, äh, gerne. Äh, vor allen Dingen schreibt mir aber gerne in die Kommentare, was ihr von dem Trailer haltet. Wusstet ihr von der Serie? Habt ihr euch schon darauf gefreut? Äh, wie findet ihr den Trailer jetzt? Oder den Teaser-Trailer? Äh, ich finde ihn insofern gut, dass er halt nicht viel von der Story verrät. Man sieht halt nur so ein paar, äh, Locations, Leute. Aber von der Handlung habe ich jetzt nicht viel mitbekommen. Also, irgendwie, sie sind überall. Also, das Imperium breitet sich wahrscheinlich aus, schätze ich mal. Ähm. Und viel mehr habe ich jetzt nicht mitbekommen. Also, ja. Ich bin angenehm überrascht auf jeden Fall, weil ich, wie gesagt, nicht damit gerechnet hatte. Und, äh, ja, freue mich auf weiteres. Das soll es auch gewesen sein. Dann sage ich wie immer, danke fürs Einschalten und bis demnächst. Ciao.